Musik Endlich wieder Urlaub machen. Das Landhaus Tarzen lädt Sie ein, Sylt zu genießen. Umgeben von Meeresrauschen und frischer Nordseeluft bieten wir Ihnen in direkter Strandnähe ein modernes Feriendomizil. Musik Unser Objekt ist das im Jahr 2015 kernsanierte Wohn- und Arbeitshaus des Inselarchitekten Hannes Tarzen. Bekannt für den Bau vieler noch heute auf Sylt stehender Häuser. In sechs individuellen Ferienwohnungen finden Sylt-Genießer, verliebte Pärchen und Familien Ihr eigenes Quartier. Modern ausgestattete Wohnungen, die als Rückzugsort und Komfortzone die freien Tage versüßen. Genießen Sie Ihr Refugium in klarem skandinavischen Design und natürlich die einzigartige Umgebung. Musik Bei jedem Verlassen der Wohnung spüren Sie das erfrischende Klima um sich herum. Mit wenigen Schritten laufen Sie über die an das Grundstück grenzende Dünenpracht. Schnell befinden Sie sich am Strand, der die manchmal raue, manchmal stille Nordsee verspricht. Fernab von Großstadtgetümmel und hektischem Berufsalltag entfaltet sich die wunderschöne Natur der Sylter Westküste direkt vor Ihren Augen. Stärken Sie sich mit einem Frühstück im Strandkoppe und im Garten. Schmieden Sie Pläne für einen unvergesslichen Aufenthalt. Durchqueren Sie winderprobte Kiefern, hinter denen sich Fahrrad- und Wanderwege anbieten, um nach Nord und Süd die vielen Dörfer und Highlights der Insel zu erkunden und den wohl schönsten Sonnenuntergang Deutschlands zu erleben. Heike Tarzen steht Ihnen als Gastgeberin mit Rat und Tat vor Ort zur Seite. Liebe Gäste, herzlich willkommen in unserem Landhaus Tarzen. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017